Mirko Winschen Mirko Winschen Mirko Winschen, ist das bestimmt? Ja Klaßaufflück hierher Entkopfzwang Entferne Mirko Winschen Mirko Winschen Die machen hier auch ein bisschen krass Zwei 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 Heute ist der 17.04.2000 Fetzer blow Wind Zwei 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 da sind wir reingegangen hier auf dem Gesicht noch das Teil der See Vortrücker zum Rettberg zum Rettberg Wischberg da wird ein Druck abgefahren Landbau zum Rettberg 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 Oh, das ist okay, hier links. Hier geht's es, Rado. Was ist das jetzt? Was ist das denn? Was ist das denn? Ah, es ist so groß. Was ist das denn? Nichts.